Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Optionshandel mit System jeder Marktlage. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend live dabei sind und begrüße den Namen von FXFET. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich freue mich sehr, dass ja heute Torsten Eberhardt für uns die Zeit gefunden hat und mit uns die Veranstaltung macht. Markus Runau ist heute leider verhindert und nichtsdestotrotz wollten wir die Veranstaltung entsprechend trotzdem durchführen und vielen Dank nochmal Torsten an dieser Stelle und natürlich vielen Dank an alle, die interessiert sind und heute live dabei sind oder sich die Aufzeichnung anschauen. Bevor wir aber tatsächlich starten, einmal den Risikohinweis wie immer, dient dieses Seminar nur zu Schulungsinformationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist ganz wichtig und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sehr gut, dann lieber Torsten, kriegst du jetzt den Bildschirm. Ich bin im Hintergrund, wenn irgendwas ist und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Perfekt. Vielen lieben Dank, Nelson. Wie gerade schon angekündigt, heute mal nicht zu zweit, sondern alleine Kollege Runau leider verhindert. Aber wir als Optionshändler haben ja immer genug Stoff, um uns zu unterhalten und uns weiterzubilden. Ich hoffe, ihr seht meinen Bildschirm und wir beschäftigen uns heute auch mit Optionen natürlich auch mit Titeln. Ja, also Optionen sind ja Derivate, die beziehen sich ja immer auf einen sogenannten Underlying, auf einen Basiswert und wir nutzen dafür ja gerne Aktien, also Unternehmen. Und mit dem tollen Tool von Markus wird einem ja geholfen, auch vernünftige Werte zu finden. Ja, das ist natürlich schon ein Add-on, was man gerne nutzen kann, aber man kann es natürlich auch anders, man kann es auch ohne und da muss man sich natürlich überlegen, welche Intentionen man verfolgt. Es gibt für mich grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite, ich will wirklich den Optionshandel dafür nutzen, um Prämie zu generieren. Ja, also im ersten Fall natürlich durch den Verkauf von Optionen, durch die sogenannten Stillhaltergeschäfte. Aber es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der nutzt Optionen auf der einen Seite, um gewisse Titel sich ins Depot zu holen und auf der anderen Seite auch noch sich abzusichern. Ja, man darf eins nicht vergessen. Der ursprüngliche Grund für die Optionen war das Absicherungsgeschäft und wird natürlich von den Profis immer noch genutzt. Der ein oder andere, der mich kennt, der weiß ja, ich habe ja auch über Jahre in der Rohstoffindustrie gearbeitet und da haben wir natürlich auch immer unsere Rohstoffe abgesichert. Ja, das war auch in der Finanzrichtlinie so kundgetan, dass man das nicht zu Spekulationszwecken, sondern lediglich zur Absicherung genutzt hat. Und das kann man natürlich auch tun. Aber noch etwas anderes. Man kann das natürlich auch als Hybrid aufstellen, dass man halt sagt, ich will beides. Ja, ich will Aktien und ich will auch die Prämie. Und der ein oder andere von euch hat vielleicht auch schon mal von der Wheel-Strategie gehört oder vom Bull-Put-Spread beziehungsweise vom Cash-Secured-Put. Sorry, vom Cash-Secured-Put und auf der anderen Seite auch vom Covered-Call. Aber ich möchte das vielleicht jetzt hier erstmal illustrieren, bevor wir da zu sehr zu Beginn schon in die Tiefe gehen. Wir haben ja grundsätzlich immer die Möglichkeiten, Optionen zu verkaufen. Wenn wir jetzt mal Nvidia als Beispiel nehmen und wir sagen, wir wollen Nvidia ins Depot, ist ein hoher Aktienkurs, darf man nicht vergessen, weil wir reden hier natürlich dann auch von 100 Aktien. Ja, da haben wir halt die Möglichkeit mit der verkauften Put-Option auch uns die Aktien andienen zu lassen. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Strike-Preis hier nehmen von 240, Laufzeit jetzt erstmal egal, würde bedeuten, wenn wir jetzt hier der Kurs sich nach unten entwickelt und der Käufer seine Option ausübt, also wir als Verkäufer, Minus B, wir verkaufen die Option, in die Pflicht kommen, kriegen wir sozusagen 100 Aktien A240 ins Depot. Das wären jetzt hier schon 24.000 Dollar. Was will ich jetzt aber grundsätzlich damit zeigen? Ich möchte natürlich damit zeigen, dass man überlegen kann, wenn man sieht, wenn sich hier so ein Kurs entwickelt und man hat einen für sich fairen Wert vielleicht kalkuliert und sagt, ich finde die Aktie gut, ich finde auch den Aufwärtstrend gut, aber ich finde den Preis der Aktie, den Kurs der Aktie nicht gut, sondern ich will den haben, aber zu einem niedrigen Preis, dann kann man das natürlich machen, weil der Charme besteht natürlich hier drin, wenn ich eine Put-Option verkaufe, kriege ich eine Prämie. Wenn die Aktie sich weiter nach oben entwickelt, die Prämie bleibt natürlich da. Wenn die Aktie sich seitwärts entwickelt, die Prämie bleibt da. In beiden Fällen kriege ich aber nicht die Aktie. Erst wenn der Käufer sein Recht ausübt und ich in die Pflicht bekomme, kriege ich die Aktie zu diesem Preis, aber auch hier die Prämie bleibt da. In allen drei Fällen habe ich eine Prämie vereinnahmt, in den beiden Erstgenannten natürlich so, ohne die Aktie ins Depot zu bekommen, aber der wirkliche Vorteil ist doch der, wir partizipieren und für die Zeit des Wartens werden wir noch mit einer Prämie entlohnt. Und ich möchte das vielleicht mal an einem Beispiel machen. Wir haben einen Club und in diesem Club haben wir auch immer einen Trade der Woche. Der Trade der Woche wird in der Regel am Dienstag veröffentlicht und ich habe jetzt heute mal gesagt, ich gucke mir die Bayer-Aktie an und die Bayer-Aktie ist für mich gerade attraktiv. Das heißt, ich habe mich fundamental mit diesem Wert beschäftigt und ich habe gesagt, okay, die Aktie hat jetzt gerade einen Wert von 50,35, für mich wäre der faire Wert 50 Euro. Und dann habe ich, und jetzt gehen wir mal zurück, hier rein, da nehme ich jetzt mal Bayer, das ist B-A-Y-N, nehme ich jetzt mal hier rein, da sieht man das schon, hier unten der Short-Put, den habe ich hier bei 50 Euro gelegt und die Laufzeit, gucken wir uns das nochmal an, die ist kurz, die ist jetzt am 1.9., das sind 10 Tage, das ist nächsten Freitag. Also ich würde jetzt happy sein, wenn ich diese Aktie zu diesem Preis bekomme und dann habe ich die sozusagen für 50 Euro im Depot. Mein Risiko ist natürlich folgendes, es kann ja sein, dass Unternehmen, Wirecard ist ja jedem wahrscheinlich noch bekannt, könnte jetzt pleite gehen, unwahrscheinlich, aber man muss immer vom Schlimmsten ausgehen, dann wären es jetzt sozusagen 5.000 Euro, die ich verloren, verlieren würde, bei 50 mal 100, also auch deutsche Optionen haben diesen Multiplikator von 100. Wenn wir jetzt aber mal reingehen und ich bin jetzt hier drin, ich habe mir Nvidia deshalb angeguckt, Nvidia hat ja jetzt morgen Abend Earnings, können wir vielleicht auch nochmal besprechen. So, jetzt bin ich hier bei Bayer und was jetzt interessant ist für den einen oder anderen, wir sind jetzt hier im Option Trader und hier im Option Trader gibt es ja sowohl wöchentliche, das sind die gelb hinterlegten und die monatlichen normalen, die sind grau hinterlegt. Jetzt haben wir hier aber zwei verschiedene, wie man es hier sieht, bei den normalen haben wir zwei verschiedene. Einmal mit einem E und einmal ohne E. Was heißt das jetzt? Das heißt folgendes, wenn ich jetzt hier bis zum 1. September ist die Laufzeit, machen wir mal erst neunten und ich habe jetzt die ohne das E genommen, B-A-Y, dann hieße es, während dieser Zeit hat der Käufer der Option, dem wir sozusagen unsere Option verkauft haben, das Recht in dieser Zeit die Option auszuüben. Das ist der amerikanische Ausübungsstil, das ist wahrscheinlich dem einen oder anderen auch bekannt. Dann gibt es aber noch das B-A-Y-E und das ist der europäische Ausübungsstil. Und der europäische Ausübungsstil hat jetzt nichts mit den Kontinenten zu tun. Es gibt auch in Amerika Indexoptionen, die haben einen europäischen Ausübungsstil. Und das bedeutet, das Recht, die Option auszuüben, ist während der Laufzeit nicht vorhanden, sondern am Ende der Laufzeit. Das ist der Unterschied. Das heißt auf gut Deutsch, wenn jetzt die Aktie komplett abschmiert, ist es ja häufig der Fall, dass der Käufer seine Option schon vorab ausüben kann. Oder beispielsweise bei Verkauf eine Call-Option. Das macht er vor der Dividende, um die Dividende noch zu kassieren. Und das wäre hier bei den Optionen mit einem europäischen Ausübungsstil halt nicht der Fall. Also das ist halt auch wichtig. Das ist halt hier zu beachten, wenn man sich jetzt die Option raussucht. Wenn ich jetzt aber mal gucke, ich gehe davon aus, ich kriege jetzt die Aktie angedient. Und zwar nächsten Freitag ist ja die Option zu Ende. Das heißt spätestens am Montag ist in meinem Depot 100 mal Bayer. Dann könnte ich ja überlegen, ich gehe hier rein und ich verkaufe sozusagen direkt eine Call-Option. Es sind die Preise nicht hier angegeben. Wir machen es gleich mal an einem Beispiel, wo die Aktien jetzt gerade gehandelt werden. Aber was ich damit sagen möchte, wir haben die Aktie dann hier im Depot zu 50. Dann könnte ich natürlich hier direkt eine Call-Option verkaufen. Und das ist ja das, was wir hier hatten. Nämlich die Real-Strategie, das Rad, dass wir die Aktie uns anliehen lassen über den Verkauf einer Put-Option und dass wir die Aktie aus unserem Depot holen lassen mit dem Verkauf einer Call-Option. Das heißt, hier hat man definitiv die Möglichkeit, sowohl als auch davon zu profitieren. Wo man jetzt den Strike-Preis setzt, das ist jedem selbst überlassen. Je näher wir hier am Geld sind, umso höher ist natürlich die Prämie. Aber umso kleiner ist natürlich die Partizipation am Underline. Was will ich damit sagen? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben die für 50 hier drin. Für 50 Euro ist jetzt die Aktie bei uns im Depot. Wir sind happy, wir haben unsere Wunschaktie zum Wunschpreis. Und jetzt sagen wir, das ist so ein Hammer wert. Der geht bis 54, da bin ich mir sicher. Der geht bis 54. Dann kann ich natürlich bei 54 die Call-Option verkaufen. Dafür kriege ich eine Prämie. Und ich partizipiere natürlich bis zu 54 an der Entwicklung der Aktie. Das heißt, ich hätte 100 mal 4, 400 Euro Profit mit der Entwicklung. Zuzüglich der Prämie für den Verkauf der Call-Option. Die Call-Option ist natürlich weniger viel wert, als wenn ich jetzt beispielsweise hier bei 52 verkaufe. Dann habe ich mehr Prämie durch den Verkauf der Call-Option auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite partizipiere ich natürlich nur bis 52 von der Aktie. Das heißt, das, was ich durch die Aktienentwicklung an Gewinn erziele, ist statt 400 nur noch auf 200. Und das ist etwas, das muss man natürlich wissen, wie man damit umgeht. Es gibt viele, die haben ihre Lieblingsaktien im Depot, setzen die verkaufte Call-Option zu knapp an dem Kurs, kriegen dann eine hohe Prämie, aber dann ist natürlich die Aktie weg. Häufig ist die negative Seite wie folgt, dass die Aktien, die man gerne hat, schnell weg sind und die, die man gerne loswerden würde, lange im Depot bleiben. Diese ganzen Kellerleichen, die werden dann noch da sein. Da muss man natürlich auch vorsichtig mit umgehen. Und man muss natürlich, wenn man sowas macht, ich sage es immer wieder, Cash Secured Put. Die Strategie, wo ich wirklich will, dass die Aktie im Depot ist, das sollte auch eine Lieblingsaktie sein und das sollte keine Aktie sein, wo man sowieso unsicher ist, weil man halt im Zweifel natürlich damit leben müsste, diese Aktie vielleicht noch länger mit sich zu führen. Man kann, und da gehen wir jetzt noch auf eine weitere Strategie, aber folgendes machen. Man hat die Aktie jetzt hier im Depot mit 50 Euro und man sagt, 52, das reicht mir aus, 200 Euro und die läuft vielleicht nur 24 Tage. Alles fein, aber ich habe jetzt trotzdem Angst, weil, vielleicht ist hier Capital Market Day, vielleicht sind hier Earnings, weiß ich nicht, was das Bayer da doch erzählt. Oh Gott, wir haben jetzt hier wieder diese Glyphosat Problematik in Amerika. Wir müssen die Rückstellung erhören. Da gibt es ja theoretisch ganz, ganz viele Gründe. Dann kann man natürlich auch die vereinnahmte Prämie dafür nutzen, sich hier unten eine Absicherung zu kaufen. Das heißt, egal was passiert, hiermit habe ich das Recht, die Aktie für 58 zu verkaufen. Und schon habe ich mein Risiko von 50 auf 0, von 50 auf 48 auf 2 Euro mal 100 Aktien auf 200 begrenzt. Das muss man natürlich wissen. Das heißt ja aber auf gut Deutsch, meine Prämie hier oben ist entweder geschmälert, die ich vereinnahmt habe durch den Kauf der Put-Option oder die ist vielleicht sogar komplett verbraucht. Und diese Strategie, die nennt sich Koller-Strategie. Etwas, was ich ganz gerne mache. Nelson hat glücklicherweise eben schon den Risiko-Hinweis genannt. Deshalb könnte ich vielleicht mal was erzählen, was mir ganz gut gefällt. Ja, unter uns Optionshändler. Also verstanden ist, dass hoffentlich, ja, diese Strategie bedeutet auf gut Deutsch, wir versuchen, die Aktien, die wir wollen, zu unserem Wunschpreis ins Depot zu bekommen. Dann, wenn wir sie haben, wollen wir noch weiter gerne Optionen verkaufen, um weitere Prämien zu vereinnahmen. Das machen wir dann mit der verkauften Call-Option. Das ist dann Covered Call. Wir sind ge-covered, gedeckt mit den Aktien. Und wenn man sagt, in der Zwischenzeit könnten aber vielleicht irgendwelche unruhigen Informationen den Kurs beeinflussen, kann man sich mit der Koller-Strategie, also durch den Zukauf einer Long-Put-Option natürlich auch noch nach unten absichern. Und das kann man halt stetig machen. Also jetzt eine kleine Sache, die ich mir halt angeguckt habe. Ja, ein bisschen Home-Bias, ein bisschen deutscher Markt. Die meisten kennen ja schon gar nicht mehr die deutschen, sondern mehr die amerikanischen Unternehmen, weil der Optionsmarkt ist natürlich in Amerika viel, viel weiter verbreitet als hier. Was man hier erkennen kann, das ist ja der O4W-Best-Indikator. Kann man auf meiner Seite gucken oder auf meinem YouTube-Channel oft erklärt. Wir sind klar in einem Abwärtstrend. Und überraschend war es eigentlich, weil die Zahlen, der Ausblick etc. ganz gut ist. Und die Dividende ist äußerst attraktiv. Die Dividende ist, glaube ich, im Mai. Das heißt, die Hauptversammlungen sind bei Freenet ja einmal jährlich und zwar im Mai. Und am Ceteris Paribus, das heißt, wenn alles so bliebe, wie bis dato es ist, also Kurs und alles andere, hätten wir ungefähr eine 8-prozentige Dividendenrendite. Freenet ist eigentlich, was die Fundamentaldaten und den Aussagen und den Kurszielen der Analysten angeht, ein relativ attraktives Blatt. Es wurde aber nicht hier irgendwie zur Kenntnis genommen, zumindest nicht vom Markt. Es sind noch immer Unsicherheiten. Wir sind hier immer noch im Short-Kreis. Aber vielleicht eine Möglichkeit. Hier die Aktie, die ist jetzt relativ niedrig bepreist mit 21,38. Je niedriger der Kurs der Aktie, in Anführungszeichen, bei gleicher Volatilität, ist die Prämie natürlich kleiner, als wenn ich jetzt Nvidia trade. Das darf man ja nicht vergessen. Man könnte aber sagen, pass mal auf, ich will die 8% und ich glaube, der Kurs ist günstig. Dann kann ich ja auch hier direkt mir 100 Aktien holen und dann bis Ende des Jahres irgendwo einen Kurs setzen. Von mir aus bei 22. Ich glaube, dafür gab es 100 Euro. 100 Euro dafür auf den Kurs jetzt sind aufgerundet circa 5%. Und wir sind natürlich, wenn wir die 100 haben, nach unten bis 20,38 abgehätscht. Die vereinnahmte Prämie, die durch den Verkauf der Call-Option hier entsteht, die hat natürlich den Charme, dass wir sozusagen jetzt erst den Break-Even haben, hier unten bei irgendwo 20,38. Da ist dann sozusagen der Break-Even. Und das ist etwas, wo ich sage, das mache ich gerne, dass ich mir auch häufig Titel hole, die eine sehr hohe Dividenderendite habe, aber, und jetzt kommt es, aber wenn das Unternehmen sich diese Dividende auch leisten kann. Wir brauchen jetzt nur beispielsweise Disney, ist allen präsent, da wurde die Dividende ja sogar auf Null gestrichen, aber auch bei anderen großen Aristokraten ist immer eine Möglichkeit gegeben, dass die Dividende gekürzt beziehungsweise gestrichen wird. Und das ist das, was wir nicht wollen. Und deshalb gucken wir uns immer gerne, englisch ausgedrückt, die Payout Ratio an. Deutsch Ausschüttungsquote. Wie viel von dem Gewinn beispielsweise wird denn jetzt an die Aktionäre ausgeschüttet? Und ein Unternehmen kann es sich einfach nicht leisten, dauerhaft über 100 Prozent, das heißt mehr Dividende an die Aktionäre auszuschütten, als man selbst verdient hat, weil dann geht man an die Substanz und dann wird irgendwann ein Aktionär oder eine ganze Gruppe auf den Tisch schauen und sagen, das kann nicht so weitergehen, das wollen wir nicht, dann wird die Dividende gestrichen. Was hat dazu Folge? Dass dieser Wert, der primär interessant war für die Dividendeninvestoren, kein Interesse mehr hat, dann wird der Kurs nach unten gehen. Und was hat das Weitere zur Folge? Dass vielleicht manche ETFs, manche Fonds diesen Kurs rausnehmen, also diesen Titel rausnehmen und dann geht es noch weiter nach unten. Und irgendwann ist man an einem Punkt, wo man sagt, von wegen die Aktie ist jetzt so unterbewertet, da gehe ich rein, aber nicht aufgrund der Dividende, weil ja keine mehr da ist, sondern weil stark unterbewertet. Was ich jetzt noch mal kurz da anfügen wollte, ist Ausschüttungsquote. Und zwar, es gibt ja immer zwei Sachen. Für den einen oder anderen, der sich vielleicht schon mit dem IFRS oder mit dem US-Gap, mit der Rechnungslegung beschäftigt hat, da haben wir zwei. Das ist einmal auf der einen Seite der EBIT, das ist für uns der Gewinn. Und auf der anderen Seite, das habe ich jetzt als CF, das ist der Cashflow. Uns interessiert vorrangig der Cashflow. Das, was das Unternehmen wirklich sozusagen da an Zuflüssen hat, weil diesen Gewinn, dieses EBIT, das kann man schön mit Ab- und Aufschreibung manipulieren. Ich selbst war bei einem Großkonzern, kann da tausende Lieder von singen und wahrscheinlich zwei Bibeln mitschreiben, wie viele Möglichkeiten es gibt. Und deshalb Cashflow gucken. Und bei Freenet beispielsweise sind wir, glaube ich, bei 60, 70 Prozent Ausschüttungsquote in einem absolut normalen Rahmen. Und wie gesagt, Ausblicke und auch die Analysten beziehungsweise die Ziele, die wurden teilweise sogar angehoben, ist etwas, wo ich sage, für den Preis, why not? Ja, also das mal da am Rande. Jetzt stellt sich aber jeder die Frage, okay Thorsten, du hast dich jetzt mit dem Thema beschäftigt. Du sitzt wahrscheinlich von morgens bis abends vor so einem Bildschirm und hast da natürlich ein bisschen mehr Zugang. Wie komme ich denn jetzt da dran? Und da gibt es eine frei zugängliche Liste. All jene, die mein letztes Video nicht gesehen haben. Kleine Werbung am Rande. Guckt euch das Video vom Sonntag an, da habe ich es erklärt. Das ist die Dave Fish Liste. Der Dave Fish, der Kollege, der ist leider 2018 verstorben, aber die Liste wird weiter gepflegt. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite, also hier über diese Homepage zu gehen, dann hat man hier, wenn man hier drauf klickt, dann kommt man direkt auf ein Google Spreadsheet und das wird einmal im Monat aktualisiert. Oder man geht wie hier auf Dividendenradar, ohne sich anmelden zu müssen, kann man jetzt hier sich eine Tabelle runterladen und die Tabelle möchte ich mal kurz zeigen. Das ist diese Tabelle. Und diese Tabelle hat wirklich tolle Titel und zwar hier zum Beispiel Champions. Was sind die Dividenden Champions? Dividenden Champions sind die Titel, die seit 25 Jahren steigernde Dividenden haben. Das heißt, das sind schon mal welche, wo man ein bisschen mehr Sicherheit hat, dass die sozusagen auch die Miete zahlen. Das ist ja auch immer der Grund. Wenn man Leute fragt, ich bin ja jetzt hier aus Düsseldorf, bist du blöd, wie kannst du in Düsseldorf eine Wohnung kaufen und die vermieten? Das ist immer die Frage von wegen, was die Ziele sind. Wenn man jetzt beispielsweise nur an der Immobilie Geld verdienen möchte, dann ist es wahrscheinlich nicht gerade First Choice Düsseldorf. Aber wenn man jetzt genau wie hier übertragen auf Dividenden vorrangig einen Cashflow haben möchte, der ein bisschen mehr Absicherheit hat, einen Tod muss man sterben, aber manchmal vielleicht sogar auch gar keinen. Und wir gucken uns das jetzt mal an. Das sieht für den einen oder anderen jetzt aus wie ein Zahlenfriedhof, aber long story short, ist es nicht. Wir haben schon hier direkt zu Beginn die Spalte mit FV. FV, Fair Value, fairer Wert. Wie die kalkuliert wird, kann man hier auch auf der Homepage, glaube ich, gucken. Dann geht man hier auf Data Dictionary, dann wird man weitergeleitet. Da ist auch eine schöne Erklärung. Alles kostenlos, alles umsonst. Man muss sich gar nicht anmelden. Das ist ja normalerweise der Fall, ist hier nicht der Fall und immer up to date. Und da hat man einen fairen Value. Und dann sieht man hier schon die Farben. Und da kann man sich schon vorstellen, wird das wahrscheinlich grün, die bessere Wahl ist als rot. Es ist dieser Wert, der wirklich fair bewertet ist. Aber wir haben, wenn wir noch ein bisschen weiter nach rechts scrollen, Spalte W, wo das noch ein bisschen aufgesplittet ist. Und das Erste, was ich immer mache, um die Spreu vom Weizen zu trennen, ist Filter. So, und jetzt gibt es hier drei Möglichkeiten. Da haben wir den fairen Wert am fairen Wert, also ist fair bewertet sozusagen, über den fairen Wert und in the margin of safety. Was heißt das? Ja, da haben wir sogar noch einen Puffer zum fairen Wert. Das heißt, da ist man unterbewertet. Und wir sind ja schlau und wollen natürlich nicht zu viel zahlen. Und deshalb holen wir uns jetzt mal nur die rein, die günstiger sind als fair bewertet. Und dann sieht man, dann hat man doch schon einige. Und das Nächste, was man hier machen kann, wir wollen ja auch was verdienen. Das ist hier Dividenden Yield. Das heißt, die Dividende, die jährlich ausgeschüttet wird. Und dann geht man hier rein. Und dann sieht man hier schon, da sind aber ein paar Unternehmen dabei, die aber richtig zahlen. Immer deshalb nachgucken. Immer nachgucken, immer Charttechnik und fundamental, entweder bei Google News oder wie ich das auch gerne mache, ist es über Seeking Alpha. Da hat man sich mal damit ein bisschen beschäftigt. Und ein Wert, den ich auch letztens hier genannt habe, das ist jetzt hier ein Real Estate, ist am WPC. Da guckt man sich das einfach mal an. Ja, gehen wir einfach mal rein in WPC. Da sieht man den Wert. Also hier sieht nicht gut aus, das ist aber jetzt für uns uninteressant. Ja, das ist jetzt hier. Die WPC ist ein Read, Immobilien, Zinsanstieg, nie gut. Ja, also auf gut Deutsch von wegen, das ist jetzt nicht die beste Zeit. Aber wenn es in der besten Zeit wäre, dann würde man auch nicht so einen Kurs bekommen und dann würde man auch nicht so eine Dividende bekommen. Eben schon gesagt, ein Tod muss man sterben. Aber jetzt kann man sich ja mal überlegen, wie lange ist das denn schon her, dass der Preis wirklich niedrig war? Und hier sieht man das bei 60. Ja, also bei 60, das ist ja schon weit weg. Und dann guckt man sich mal hier an, geht hier rein, wieder in die Trader Workstation. Ja, ich bin ja bei meinem Lieblingsbroker, FX Flat, ist ja klar. Ich glaube, alles andere wäre jetzt auch nicht so willkommen. WPC werden auf Optionen draufgeschrieben, aber hier sieht man es auch, keine wöchentlichen. Wichtig auch immer zu gucken, dass der Spread nicht allzu groß ist. Und dann nimmt man sich jetzt mal hier 59 Tage, guckt an bei 60 und da würde ich jetzt 82 Dollar bekommen. 82 Dollar bekommen beim Kurs von 60. Jetzt gehen wir nochmal zurück in die Tabelle. Da sehen wir, 4,28, also 4,28 wird im Jahr gezahlt. Die zahlen ja viermal. Die haben hier viermal Dividendenausschüttung. Übrigens, hier ist Reality Income, zwölfmal. Wer jeden Monat was haben möchte, der kann auch Reality gerne nehmen. Nehmen wir nochmal die 4,28 und auf die 60 gerechnet. Dann wären wir hier auch bei 7,1 Prozent. Und wir haben sozusagen noch den Puffer reingebracht von diesen 4 Dollarn, weil jetzt zurzeit ist die Aktie bei über 64. Und dann kann man das halt immer und immer wieder machen. Und ich finde, diese Liste ist ganz gut. Gut, ich würde jetzt hier vielleicht auch sagen, ich würde vielleicht hier auch sagen, eine Sekunde, wieder alles offen. Ich würde hier auch einen Filter setzen, einen Zahlenfilter, dass man vielleicht sagt, größer als 3 Prozent, das sollte halt schon sein. Und dann hat man natürlich noch einiges oder viele Werte. Und was im Nächsten auch möglich ist, ist natürlich hier. Hier gibt es noch was. Performance, Profitabilität, Finanzstärke, Bewertung. Hier haben wir Price Earnings, also KGV, Price Earnings, Grows, also gegen den Umsatz auch noch kalkuliert. Ja, also das kann man alles machen. Also hier geht es relativ zügig um immer wieder, weil ich habe es ja gesagt, die Liste wird wöchentlich aktualisiert, sich mit diesen Titeln zu beschäftigen. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen Trick, wie man diese schnell in die TWS sich reinlädt oder in die Trading View. Aber das ist jetzt eine andere Story. Wichtig ist, dass ihr hier schon mal eine Datenquelle habt, wo schon in Anführungszeichen vorselektierte Werte drin sind. Das ist halt das Schöne. Und was man natürlich auch immer machen kann, man kann sich auch immer wieder die Strategien vielleicht auch hier nochmal anschauen. Dass man jetzt hier beispielsweise den Cash Secured Put nimmt. Und dann geht man hier drauf. Das ist Options Draht, auch kostenlos gut nutzbar. Viel Geld braucht man nicht. Ich sage es immer wieder, wenn du anfängst Fußball zu spielen, würde ich nie mit Ronaldo-Schuhen anfangen, sondern nach und nach. Erst wenn du das Geld verdient hast, dann kannst du auch Ronaldo-Schuhe kaufen. Und hier sehe ich das genauso. Haben wir gesagt, hier 60 Tage auf 60. Kann man das schön sehen. Hier, dann haben wir den Break-Even natürlich unter 60. Und da kann man natürlich auch überlegen, kann ich nicht vielleicht noch oben was verkaufen? Kann ich ja mal gucken, kriege ich da noch was für? Nee, da kriege ich nichts für. Wäre jetzt für mich keine Option, würde ich zu wenig Geld verdienen. Aber das sind halt die Möglichkeiten, die man ganz einfach hat. Und ich kriege es ja immer wieder zu hören. Also wir haben jetzt hier beispielsweise bei uns im Club so eine Top-Kandidatenliste. Mit der Morgenroutine wird immer jeden Tag um 16.15 Uhr, glaube ich, aktualisiert. Oder lass mal kurz gucken. 16.05 Uhr wird die aktualisiert. Dann haben wir auch die Möglichkeiten, direkt die Listen in die TWS und in die Trading View zu importieren. Wir versuchen natürlich immer, alle unnotwendigen Aufwände zu begrenzen. Und dann hat man hier jetzt logischerweise mehr bärische Titel als Bullish. Wir sind momentan immer noch mehr bärisch als Bullish, auch beim Markt. Wenn man sich den S&P 500 in den letzten Tagen anschaut oder auch den Nasdaq. Und dann habe ich dann halt hier diese Werte. Und was halt immer wichtig ist, wenn man jetzt diesen Trade macht, ohne Andienung der Aktien, also wo es nur um die vereinnahmte Prämie geht, schaut auf die Earnings. Wir wissen nicht, was die Kollegen da kommunizieren von den Unternehmen. Ganz, ganz wichtig. Das kann man hier unten auch sehen bei der Trading View. Dann gibt es auch noch Earnings Whispers. Also man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten. Hier waren jetzt Strategien, die als Investor vielleicht interessant sind, wo man sagt, ich beschäftige mich mit den Unternehmen. Da gibt es ordentliche Dividende oder der Preis ist vielleicht gerade auch günstig. Ich kann es nochmal hier bei Bayer kurz zeigen. Das ist jetzt auch Vorstandswechsel gewesen. Ist natürlich auch immer interessant. Man kann ja auf der einen Seite sagen, der Fisch ging vom Kopf an oder auf der anderen Seite. Gutes Unternehmen gelingt nur durch gute Führung. Und dann sieht man schon, viel ist hier nicht drin. Und wenn ich jetzt hier die 50 Dollar nächsten Freitag bei uns im Club Depot habe, dann verkaufe ich die mit einer Laufzeit, weiß ich nicht, von 30 bis 60 Tagen. Und dann werde ich wahrscheinlich 200 Euro für bekommen. Aber meine Hoffnung ist ja, dieses Unternehmen vielleicht ein bisschen länger drin zu behalten, um auch wieder von diesen Kursanstiegen zu profitieren. Weil man sieht doch hier, das ist ja noch gar nicht so lange her. Das ist ja noch gar nicht so lange her, wo wir mal hinkommen können. Und bevor der Herr Baumann, der Ex-CEO, da war ja der Strategieberater, diesen Merch da angeleiert hat, da waren die Kurse ja in einer Höhe. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Gewaltig, 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 was Bayer da alles miterleben musste. Und wenn man sich mit solchen Unternehmen beschäftigt, beziehungsweise der Vorteil ist, wenn man Investorenstrategien macht, dann verschafft man sich zwangsläufig eine Bindung zu dem Unternehmen. Man geht vielleicht auf Hauptversammlung, man lässt sich die Geschäftsberichte zuschicken, beziehungsweise guckt sich die online an. Und der Charme auch da, man lernt. Man lernt immer mehr dazu. Und alles, was durch das Lernen entsteht, sind Sensitivitäten. Dass man halt vielleicht mehr auf den Operating Cashflow guckt, als auf die Verschuldung. Das ist ja die interessante Geschichte. Wir hatten jetzt letztens ein Sommertreffen, 20.21. hier in Düsseldorf. 100 von den Clubmitgliedern waren da. Und da habe ich mit dem einen oder anderen auch gesprochen. Und immer diese Warren Buffett Brille aufzusetzen und von Benjamin Graham. Alles gut, alles fein. Wir dürfen eins nicht vergessen. Fundamental, alles, was in den Büchern steht, ist alt. Das ist halt das, was man da sagen muss. Punkt 1. Punkt 2 ist, für wirklich stark unterbewertete Titel gibt es immer einen Grund. Es gibt immer einen Grund, warum ein Unternehmen wirklich sehr unterbewertet ist. Und deshalb gibt es ja auch viele, die so von den Investorenstrategien wenig halten und dann sagen, ich hole mir lieber die Werte, die trendstark sind. Das sind dann andere Storys. Aber auch da können wir als Optionshändler mitmachen, ohne die Aktien zu kaufen. Wir können Call-Optionen kaufen. Wir können alles Mögliche machen. Nur hier ist es wirklich schön, dass man natürlich neben der Dividendenrendite sich erstens zusätzliches Brot durch die Vereinnahmung der Prämie holt und zweitens Optionen auch zur Absicherung nutzen kann. Gucken wir uns das doch einfach mal an einem Beispiel an. Ich nehme jetzt mal Apple. Ich nehme jetzt einfach mal Apple. Und dann sage ich jetzt, ich kaufe Apple mit 100 Aktien. Ich verkaufe auf Apple eine Call-Option. Das heißt, hier ändere ich. Switch to Call. 177 ist jetzt der Kurs. Sie sagt, nee, nee, nee. 60 Tage ist gut. Die geht bis 195. Dann haben wir bis 190. Das heißt, ich habe dann 13 Dollar Differenz mal 100. Das sind 1.300 Dollar Profit durch die Entwicklung der Aktie. 170 Dollar habe ich jetzt vereinnahmt an Prämie durch den Verkauf der Call. Wenn die Aktie jetzt oberhalb des Calls steigt, Pech gehabt. Das heißt, wenn die jetzt auf 1.000 geht, unser Pech ab 190 profitieren wir nicht mehr. Was ich aber jetzt hier zeigen will, weil sich viele immer trotzdem zögern oder sagen, von wegen, ey, das ist mir jetzt gerade zu riskant, weil es gibt ja immer welche Gründe. Kann man diese Caller-Strategie machen, eben erwähnt. Ich kaufe eine Put-Option und suche mir jetzt mal einen Preis. Hier, bei 160. Dann habe ich das Risiko nach unten von 177 zu 0 auf 177 zu 160 reduziert und verdiene trotzdem noch. Jetzt kommt natürlich die Frage, warum mache ich das nicht mit einfachen Orders? Da brauche ich doch nicht die gekaufte Option. Da gibt es natürlich viele Gründe. Ein Grund ist einfach, du hast mit der gekauften Option 100% das Recht, diese Aktie zu verkaufen. Orders etc. geben dir nicht wirklich das Recht. Das heißt, hier ist einfach die Sache, wenn man sich absichern möchte, kann man das natürlich machen. Man sieht hier der maximale Profit. In dem Fall wären die 1328,50, das heißt die Kursbewegung von den 177 zu den 190 plus diese kleine Prämie von 44. Und auf der anderen Seite wäre mein Verlust maximal nur bei 1675 Dollar. Das ist dann hier eine Kollastratin. Und das kann man natürlich so machen, wie man es möchte. Man kann ja auch sagen, pass mal auf, mir reicht das schon, wenn ich bei 100, da brauche ich ja gar nichts zu bezahlen, bezahle ich 6 Dollar, habe aber 10.000 Dollar Risiko aus dem Depot genommen. Warum 10.000? Ja, 100 mal 100 sind 10.000 für 6 Dollar. Und da ist auch dieses beschissene Steuersystem, unter dem wir Privatanleger erleiden müssen, mit den 20.000 Euro Verlustverrechnungen auch nicht gerade stark ausgelastet. Ja, liebe Kollegen, das war jetzt sozusagen das, was ich euch mal hier in Kürze vorstellen wollte. Sind da Fragen? Jetzt kommt wieder meine Frage, wo finde ich nochmal die Fragen? In dem Panel unter Fragen. Da sind tatsächlich Fragen für dich drin. Ja, ich habe es gefunden. Ja, eine Übung macht den Meister. Aber da sieht man, Nelsen, ich bin zu wenig oft hier. So, ich höre nichts. Der Werner. Achhi, das tut mir leid. Da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Ja, definitiv. Also ist ja nicht nur bei Aktien. Also bei Aktien generell, dass natürlich die Dividende den Kurs. Aber die Frage ist, was man danach macht. Kann man das ausnutzen? Ja, kann man. Ist jetzt aber nichts von wegen, was ich jetzt hier großartig empfehlen würde. Ist für mich, also dieses Ausnutzen wäre für mich falscher Fokus. Ja, also das mal kurz formuliert. Ja, weil wir die Schulden, die die Schulden, weil sie jetzt nicht aus dem Steh greifen, was ich natürlich immer gerne mache. Ich gehe jetzt hier bei amerikanischen Unternehmen auf Seeking Alpha. Bei deutschen Unternehmen gucke ich mir zum Beispiel gerne Market Screener an. Ja, Market Screener, Market Screener, Market, wo ist es jetzt? Das ist aber auch was. Market Screener. Ne, ich finde das jetzt nicht. Warte mal kurz. Da habe ich den Hund. Market Screener. Da gucke ich mir das immer gerne an. Market. Da haben wir doch gewusst, wie. Oh, da muss man sich jetzt registrieren. Da bin ich jetzt nicht registriert. Aber wir sind ja schlau. Wir haben ja zwei Browser. So, da gucke ich mir beim Market Screener, gucke ich mir halt kurz die Übersicht an. Ja, und dann kann man das halt hier auch sehen. Ja, und dann kann man hier auch schön die aktuellen Nachrichten sehen, hier bei Bayer. Ja, auch hier unten, wenn man weiter klickt, weiter nach unten, die derzeitigen Empfehlungen. Also das ist etwas, was ich hier machen würde. Also das wäre jetzt hier für deutsche Unternehmen. Genau. Müssen, haben Sie einen Link? Revenet. Ja, also das verstehe ich nicht. Also Revenet. Freenet. Freenet. F-R-E-E-N-E-T. Nee, zweitgrößte Mobilfunkanbieter, glaube ich, deutschlandweit. Aber der hat kein eigenes Mobilfunknetz, verdient aber trotzdem gutes Geld. Genau. Das war es an Fragen, Nelsen. Bis jetzt auf jeden Fall alles beantwortet. Ja, genau. Also deutsche Unternehmen werden für mich teilweise zu unterschätzt. Vielleicht auch nochmal da meine Meinung. Das ist ja, da reden drei Leute, dass drei medial sehr präsente Leute, dass der DAX nur schlechte Unternehmen bietet. So schlimm sehe ich das nicht. Ja, wir haben halt auch wirklich den einen oder anderen Titel, wo auch wirklich erfolgreiche Unternehmen mit dabei sind. Natürlich haben wir auch viel in Anführungszeichen Schrott. Aber der meiste Schrott, der ist ja jetzt nicht mehr im DAX, der ist ja jetzt in den MDAX gegangen. Aber auch da, sorry to say, zu einem alten Arbeitgeber von mir, ThyssenKrupp. Die Mitarbeiteraktien, die ich da hatte, die waren auch nicht gerade so ergiebig. Selbst mit 50 Prozent Unterstützung. Und hier wäre jetzt ThyssenKrupp. Die sind ja da auch im Wasserstoffgeschäft beziehungsweise da. Und da sieht man ja auch, wenn man sowas sieht, dass wir halt hier sehen, wir haben immer irgendwie so eine Range, wo sich hier was bewegt. Das reizt natürlich auch. Da kann man auf gut Deutsch mit Optionen auch Ping-Pong spielen. Nur die Frage, die man sich natürlich immer wieder stellen muss, der Titel hat einen Wert von sieben Euro. Entsprechend gering ist die Prämie. Und Nelson halt die Ohren zu. Der Broker verlangt ja auch noch Geld. Das heißt also, die Gebühren, die man dafür rausgibt, die stehen in keiner Relation. Ich nehme es immer gerne als Beispiel von Coca-Cola. Bevor ich diesen Titel sozusagen mit Optionen trade, gehe ich lieber auf den Parkplatz Dosen sammeln. Bisschen frische Luft und interessante Menschen eventuell. Und von daher muss man natürlich gucken. Aber was ich hier mit aufzeigen wollte, ist, dass das natürlich auch ein Muster ist, was man gerne trainen kann. Jut, Jut. Wenn es das war, was ich euch gerne fragen würde, ist folgendes. Wenn ihr mal Ideen habt oder ihr sagt, pass mal auf, bei YouTube und überall, wo ich bin, kriege ich die und die Frage nicht beantwortet. Und selbst im Club beim Dorsten. Wir sind gerne bereit, hier durch FX Flat, die uns ja die Chance geben, auch unser Wissen hier teilen zu dürfen. Dann schreibt uns einfach an. Schreibt mich an. Mail at Options for Winners mit Ideen, was ihr gerne und hören oder sehen wollt. Wo vielleicht auch mal solche Dinge kommen, wo wir vielleicht Unternehmen auseinander nehmen. Dass man halt vielleicht guckt oder Trades. Drei, vier, fünf Trades am Tag vorher mir zuschicken, was ich davon halte. Und dann können wir ja einfach mal sagen, von wegen hier, die Aktien werden jetzt hier ein bisschen gegrillt. Gucken wir uns das mal an, was man da mit Optionen machen kann. Also das sind halt alle solche Sachen. Wir machen es für euch. Und wenn ihr gute Ideen und Wünsche habt, warum nicht? Und wir haben ja die Unterstützung von FX Flat, dass wir das hier auch machen dürfen und auch regelmäßig. Und warum sollten wir das dann auch nicht nutzen? Sag doch mal bitte deine Kontaktdetails. Genau, genau. Also Mail at Options for Winners. Wo ist es hier? Habe ich hier irgendwo meine E-Mail stehen? Nee, hier habe ich sie nicht stehen. Aber irgendwo oder hier mich beim Newsletter anschreiben kann man mich natürlich auch. Mail at Options for Winners.de. Wahrscheinlich im Impressum habe ich da die E-Mail. Ja, gucken wir mal kurz rein. Genau, im Impressum unter Kontakt ist Mail at Options for Winners.de. Aber ihr seht ja auch hier, ihr könnt mich auch über WhatsApp anschreiben, wenn euch das einfacher ist, wenn ihr da Lust habt. Und was wir natürlich auch immer anbieten, ist hier im Club. Ja, ich muss noch eins dazu sagen. Wir sind gerade dabei, die Clubmitgliedschaften auch zu begrenzen. Das ist ja auch wichtig, dass wir nicht nur auf Masse, sondern auch auf Klasse gehen. Aber auch hier machen wir halt dann alles gemeinsam. Und das Schöne an der Geschichte und jetzt, das ist mein letztes Wort, ich gehe auf Empfehlungen. Warum auf Empfehlungen? Weil ihr habt natürlich auch einen Vorteil gegenüber anderen, wenn ihr jetzt hier mir zuguckt. Nämlich, wenn ihr in den Club kommt, für euch gibt es keine Limitation. Das heißt, ihr kommt auf jeden Fall rein, wenn ihr es hier drüber macht und habt sozusagen zwei Monate zusätzlich kostenlos. Also zwölf Monate normalerweise, 14 Monate, wenn ihr über FX Flat, also über die Depoteröffnung von FX Flat, hier in meinen Club kommt. Genau. Okidoki. Sehr gut, dann haben wir doch alles geschafft, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe, ich hoffe, das ist jetzt auch angekommen. Investorenstrategie, wie wir uns die Titel hier aussuchen können. Eine wirklich sehr tolle Möglichkeit, sich die jeweiligen Titel zu suchen. Wenn man die Titel hat, kann man sich die über eine verkaufte Putt andienen lassen. Dann, wenn man sie im Depot hat, wenn man auf gut Deutsch noch weitere Prämien vereinnahmen möchte, kann man wieder eine Call-Option verkaufen. Und wenn man das immer und immer wieder macht, dann hat man so ein Rad. Und dieses Rad ist ja dann auch diese Wheel-Strategie. Kurz zusammengefasst. Super, also wie ich schon angesprochen, wenn jetzt Fragen noch im Nachhinein auftauchen, oder Sie, wie gesagt, auch die Trades oder andere Informationen weitergeleitet haben möchten, dann können Sie uns gerne anschreiben. Wir leiten das weiter. Ansonsten auch gerne den Thorsten direkt anschreiben. Die E-Mail haben Sie eben gesehen. Und dann nutze ich die Gelegenheit und verabschiede mich an der Stelle schon mal, bevor ich dann das Schlusswort an Thorsten übergebe. Vielen Dank für das Interesse, für das Dabeisein bei dem schönen Wetter draußen. Die Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg diese Woche. Einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Und vielen Dank, Thorsten, für das Webinar heute. Und du hast das Letzte und Schlusswort. Genau. Vielen Dank, Nelson, für die nette Moderation und natürlich auch am FXLit für die Möglichkeit, mich hier präsentieren zu dürfen. Und natürlich ein großes Dank und Lob an die Zuhörer, die diese Sonnenstrahlen sozusagen. Vielleicht der ein oder andere mit Laptop am Pool sitzt. Ich weiß es nicht. Aber danke fürs Zuhören. Und wie ich ja schon gesagt habe, wir sind ja alle irgendwie, haben wir das gleiche Interesse. Und wenn wir auf gut Deutsch uns auch hier teilen, dann vermehren wir uns auch sozusagen gleich. Und das ist auch mein Ziel. Ich sage es ja immer wieder, den Optionshandel salonfähig machen. Ihr könnt es über FXLit, wie gesagt, machen. Und den Kontakt aufnehmen, die Fragen. Ihr könnt mich natürlich auch gerne zurückschreiben. Ich freue mich auf jede weitere Nachricht und natürlich auf jeden weiteren Zuseher, Zuhörer beim nächsten Mal. Dankeschön und auf Wiedersehen. Dankeschön.